Ein neuer Tag, ein neues Spielerporträt. Herzlich willkommen bei Ihrem Raiffeisen-Podcast-Sammelalbum. Heute mit Ümit Korkmaz. Hallo liebe Fans, mein Name ist Korkmaz Ümit und das ist mein ganz persönlicher Raiffeisen-Videoporträt. Fußball bedeutet für mich alles, weil ich sehr viel Spaß daran habe und weil es schon immer ein Traum war, für mich ein Fußballstar zu werden. Meine Stärken sind, dass ich schnell bin und technisch sehr stark bin. Wenn ein Mensch misslingt, dann bin ich meistens stundenlang sehr sauer darüber und ärgere mich voll. Wenn ein Mensch gelingt, dann kriege ich viel Lob von meiner Familie und das ist einfach ein schönes Gefühl. Mein Idol in der Kindheit war Ronaldinho, der es nicht mehr so ist. Mein größter Fußball-Highlight war, dass ich mit der Rapid Meister geworden bin. Ich verzichte auf Freizeit, auch eventuell Familie. Angst habe ich vor Verletzungen. Ich würde nie aufgeben und immer mein Bestes geben. Bei der EM-Spiel heißt es für mich sehr viel, weil ich lange Zeit nicht in der Bundesliga gespielt habe und es wäre ein Traum für mich dabei zu sein. Mit der Raiffeisen würden mich die Baus-Sparverträge, die meine Eltern haben. Persönlichen Ziel führen, alles für die Mannschaft zu geben und nützlich für die Mannschaft zu sein. So wie ich mein Bestes gebe, gibst du auch dein Bestes. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020